ARD Text im Auftrag von Funk Ist das dein Ernst? Ja, das macht ihr jetzt. Ja, mach du das mal. Guck mal, er hat sogar Schwarzpulver liegen lassen. Ja, okay, egal. Dann halt nicht. Mann. Ach, ich tötte jetzt mal mein Hund, der geht mir auf den Sack. Der läuft bestimmt hinterher, oder? Läuft er hinterher? Bist du das? Bist du mein Hund? Bin ich dein Hund? Du bist mein Hund, er ist mein Hund. Tschüss. Ja, jetzt hast du noch die XP von meinem Hund bekommen, ne? Ja klar, wer Hunde tötet, na, der muss an mich bezahlen, ja? Ja. Hast du da so ein Monopol drauf? Jetzt baut das Ding mal wieder zusammen. Ja, er macht das doch. Was denn? Ist doch alles super. Oh. Ist doch alles super. Komm, das sieht doch keiner. Wer guckt denn hier unten hin? Du vielleicht. Ja, genau, bau mich ein am besten. Mhm. Wer sieht das denn? Nein. Was war das denn jetzt, ja? Das war voll unnötig von dir. Unnötig. Ja, ist gut. Weißt du, was SchülerVZ ist? Ja. Unnötig. 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 Essen ist geil. Essen ist geil. Ich mein, Essen ist auch Geld. Je nachdem wie man es hier sieht, ne? Stimmt. Wir sollten uns mal einen Spawnpunkt hier setzen, übrigens im Haus, ne? Ich geh jetzt nochmal in die Höhle und such so Sachen. Ja, halt, 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 ich geh mit. Du kommst mit, also du kommst mit mir. Ich weiß, wo einer ist. Komm mal mit. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Loll. Mach mal. Oh geil. OneHit. Mein Schwert ist overpowered. Headshot. Okay, komm einfach mit. Warte mal kurz. Okay, meine Idee. Ich glaub du brauchst dein Haus weiter. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Vielleicht soll ich mir noch ne Map... Ach so, geht ja gar nicht. Hey, hey. Ne Map cheaten. Soll ich in der Höhle sein? Was braucht man für ne Map genau? Kompass. Papier. Papier und... Kompass. Was braucht man für Kompass außer Redstone? Eisen. Also mit ein bisschen Eisen könnten wir bisschen kriegen. Also Redstone krieg ich. Und... Wenn ich Redstone hab, äh, weil ich hab jetzt schon 15 Papier. Irgendwie hab ich gefehlt, kann das sein? Äh, warte mal, warte mal, wo wir hinlaufen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist, wo wir hinlaufen. Das ist ein Spalt, da unten. Nicht der hier, nein, den meine ich nicht. Auf keinen Fall meine ich den. Warte. Gib mir ne Sekunde. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Wartet mal kurz, bevor ihr weitergeht. Jaja, wir gucken ja erstmal nur rum. Wo ist denn diese geile Brunnen gewesen? Ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt hier bin. Der war doch da. Da ist er, genau. Und dann müssen wir hier rüber, schräg, hier rüber. Ne, aber hier ist Wasser. Was ist das? Nein, das war so ein richtiger Spalt, wo du schon direkt so unten so Lava siehst und so'n Scheiß. Nein, hier war das auch nicht. Wo seid ihr denn jetzt? Hier hinten, siehst du uns nicht? Oben. Wenn du aus dem Ausgang rausgehst, geradeaus einfach nur. Einfach in Richtung... Ja, genau. Du läufst doch voll auf uns zu. Ja, warte, ich lerne nur noch kurz meinen Inventar. Ja, ich muss eh erst gerade mal gucken, wo wir lang müssen. Du lernst dein Inventar. Ja, auswendig. Immer. Okay, oben legst du das und rechts das. Der oben. Gut, das Holz nehme ich mit. Das ist hier. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, hier geht's lang. Den Eimer nehme ich mit, falls man mal was braucht. Okay, hab ich Essen dabei. Essen hab ich eh nichts. Ich bin mir jetzt äußerst unsicher, wo das war. Da ist auch was. Ne, doch nicht. Loll. Boah, das ist schon wieder alles so lange her. Wie soll man sich denn daran erinnern? Guck mal. Wow. Fassig, ne? Ah. Hier ist er. Wo seid ihr denn jetzt? Ne, da so an diesem einen Punkt, wo man ist, wo man langläuft und... Da hinten seid ihr. Ja, siehst du? Sehr gut. Ich bin hier schon mal runter. Alex, du kannst mir hinterher. Komm. Oh, ne, da steht ein Hund. Den töd ich mal, ne? Warte, ich kann ihn noch, ich kann ihn zählen. Ich kann jetzt nicht mehr sprinten. Brauchst du auch nicht. Ah! Wo ist der Hund? Tot. Ne, der lebt noch. Ja, der läuft da irgendwo rum. Okay, er wollte mich nicht, deswegen töte ich ihn. Loil, jetzt bin ich hier. Was? Er wollte keinen Sex haben, deswegen hast du ihn getötet. Bist du runtergefallen? Ne, ich bin in irgendein Loch gefallen, wo ich auch nicht mehr rauskomme. Mit dir redet doch gar keiner. Ne, bin ich nicht mehr gefallen. Jetzt habe ich mal kurz einen Erdrutsch verursacht und jetzt komme ich hier auch wieder raus. Aber wer hat hier Steinen gebaut? Ja, ich. Ich war doch hier schon mal drin. Hab doch hier am Anfang unser ganzes Eisen, ich hab doch irgendwie 40 Eisen oder sowas geholt. Ganz ehrlich, das pisse mich an. Blah, 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 blah. Ja, okay, komm. Ja, wir brauchen dich. Ja, okay, komm. Hallo. Mein Vater hämmert oben rum. Ja, wen? Da hast du dich denn runtergebracht. War ja klar. Was, wo wir runter sind? Ja, wo du dich runtergebaut hast. Äh, du siehst das, du kannst da eigentlich einfach so runterlaufen und dann ist da überall alles mit Erde so per Hand gebaut. Da oben! Hallo, wir sind hier! Ja, das seh ich. Ich seh aber nicht, wo wir runtergehen können. Oh, voll. Ey, du bist voll am rumragen. Warte mal, ich komm mal zu ihm hoch. Ja, weil's mich aufregt. Siehst du, siehst du wo, siehst du meinen Namen? Genau unter dir quasi. Lauf jetzt einfach mal geradeaus. Da, dann musst du auf so ein... Du siehst doch wo diese... Wenn ich geradeaus gehe, falle ich voll in die Schlucht. Zwei Blöcke oder so höchstens. Warte. Warte, warte. Ich baue mich jetzt hoch zu dir, okay? Ich hoffe das klappt. Na guck, hier ist doch alles super. Ja, wo ist denn jetzt dein Problem? Ich bin halt auf der anderen Seite. Aber sonst... Wie soll ich denn jetzt runterkommen? Guck doch mal wo ich bin. Ja. Hier. Wow! Hier ist... Da oben, siehst du... Geh mal hinter dir hoch. Hinter dir. Ja, da hoch. Da hoch. Ne, ne, nicht da hoch. Sondern so quasi... Jetzt, genau da. Genau, geh mal da hoch. Bau mal einen Block hoch. So, und jetzt geh mal da lang. So, und jetzt geh mal über diese Erde, die ich da gebaut hab. Zur anderen Seite. Genau. Und jetzt gehst du hier zu mir rüber. Da springst du halt und dann kriegst du halt mal irgendwie so ein halbes Herz Schaden oder so. Das kann dich dann nicht ändern. Aber du läufst hier einfach lang. Na, also. Geht doch. Komm ich jetzt zu dir runter? Ja, komm, da springst du halt. Was weiß ich denn? Hier ist ne Treppe, bitteschön. So viel Leben hab ich gar nicht mehr. Ach so. Wie viel hast du denn? Viereinhalb. Okay, warte, warte, warte. Pass auf. Boah, Alter. Pass doch. Komm. Aber jetzt gehen wir hier ganz runter, okay? Weil da unten ist schon Lava. Hat einer auf den Eimer? Ne, ne? Hallo, Spinner. Oh. Mag er doch einen Eimer. Ich hab gerade keine Herzen verloren, obwohl ich hier runtergesprungen bin. Cool. Cool. Weißt du. 12VP. Was... Ne, was steht da, wenn man runterfällt? Was... 12VP, hit the ground to heart. Genau, hit the ground to heart. Steht dann da. Ne, aber noch lebe ich von daher. Alles, tip top. Cola! Mag soll ich dir Essen geben, damit du regenerierst? Ja, wäre gut. Ja, dann komm mal her. Moment. Ich weiß... Ich weiß ja nicht wie viel... Wie viel Essen ihr habt. Ihr müsst mir auch mal ein bisschen besser sagen. Ich hab null Essen. Ja, ja, ist schon okay dann. Kriegst du natürlich was. Ich lass ja hier meine Kollegen nicht verhören. Oh, lol geht's hier runter. Wo seid ihr denn? Ihr lasst deine Kollegen nicht verhören? Boah, das ist nur eine Ausnahme. Außer Alex. Außer mir. Außer mir. Ohhhh. So richtig so. Oh, ich bin was besonderes und dann so gemerkt... Oh, scheiße. Hast du was, damit ich 10 Essen voll krieg? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, natürlich. Ich hab 10 Steaks. Wo bist du denn jetzt schon wieder runter? Ich check's nicht. Ja, keine Ahnung. Ich lauf hier einfach irgendwo lang, wo ich gerade Eisen sehe. So. Leck nicht. So, komm her. Wo bist du? Ich steh jetzt wieder hier oben. Ach, du kannst da oben. Guck mal, über dir ist Eisen. Ja, da komm ich nicht dran. Glaube ich, oder? Oh, lol. Ne. Boah, bin ich gerade abgesunken, ey. Vom Niveau, oder von was? Von der Höhe. So, warte, du kriegst jetzt hier erstmal... Ah, gut, das reicht. Ich lebe wieder. Vorsicht, ich baue mich mal hoch hinter dir. So. Hilfe, ich komme erstmal zu euch. Und es ruckert. Ich hab 38 Eisen wieder. Hier war ich drin, oder? Ja, hier war ich drin. Wo? Komm einfach mit mir irgendwo lang. Hier, in der Höhle. Ich möchte die Höhle erkunden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo du lang bist. Wo bist du denn wieder hin? Ja, keine Ahnung. Wo seid ihr denn hin? Da ging es halt irgendwo lang. Warte, warte. Oh, ich werde hier, äh, beschossen. Adventure Maps, go. Ah! 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 Oh, Creeper, Junge. Creeper, Junge, Creeper, Junge! Creeper, Junge! Oh, ja. Wo seid ihr? Töte ihn doch mal, Mark! Wamm! Loll! Hast du Schaden bekommen? Nein. Doch. Ich glaube, ich habe ein halbes Herz, oder? Ja. Nee, hier soll ich hier nicht. Okay, weil ich hab den eigentlich voll zu dir geschlagen. Das war richtig witzig. Ja, du musst einfach nur gucken, wo unsere Namen stehen. Dann läufst du einfach da hin und dann hat sich das erledigt. Ich geh mal hier runter. Hier ist alles. Loll, das Lava! Okay. Loll, das Lava! Tot! Mann! Ey, USMC Pitcher, fick dich! Ja, dann würd ich's mal machen, ne? Ja, ich hab den nicht. Doch, ich hab meinen gar nicht benutzt im MC-Patch. Da braucht man aber für dieses Texture-Patch. Doch, brauchst man eigentlich. Natürlich. Immer. Ach, Optifine erledigt das ja auch. Echt? Ich hab beides. Die neuesten Optifine-Sachen erledigen das. Ja, ich hab beides zusammen. Lass mal einen Monster-Spawner suchen, oder irgendwas anderes geiles. Diamanten und so. Ich glaube, ich downloade mir immer eine andere Optifine-Version. Ich glaube, die ist nicht wirklich gut für das Aufnehmen. Weil das ruckelt immer noch. Ja, es gibt welche für Multicore-Prozessoren auf jeden Fall. Ich glaub, der ist C3 oder sowas. Musst du mal gucken. Ich glaub, ich hab irgendeine B... B, ja, B2 oder B3. B3 haben wir. Ja. Aber ich weiß, es liegt jetzt auch egal. Achso. Dann sieht doch eigentlich besonders gut, oder? Ich hab über Steam angeschrieben, anders regnet. Aber es gibt... Aua! Aber es gibt auch ne B3 Smooth, glaub ich. Da läuft dann angeblich alles flüssiger. Ja. Musst du mal gucken. Oder C3. Ey, ich hab Redstone. Spawn. Wer hat... Warum ist der da schon wieder? Hallo? Hör auf hier zu spawnen. Ich will nicht, dass du hier spawnst. Ja, dann soll ich mal ne eigene... Ja, und da kommt der nächste. So, Fackel. Geh mal weg da jetzt. Was willst du denn? Ja, du willst weggetrieben werden? Ja, du wirst sterben. Oh, hast du eben ne Fackel gesetzt? Wer hat da eben das Licht angemacht? Oh, das war die Lava. Ja. Wie sollte jetzt erst das Licht angemacht? Ha. Die Lava hat nen Lichtschalter. Ja, und fetten. Ähm, wodurch genau entsteht nochmal Cobblestone? Nur wenn Lava drauf trifft eigentlich, oder? Oder Obsidian. Das ist... Ne, ich glaub, wenn du auf fließende Lava kippst, dann ist... Ne, weil hier ist alles voll mit Cobblestone und ich mich grad voll wundere. Hallo? Hat irgendeiner von euch schon ne Lavaquelle mit Wasser geschlossen? Hallo? Uhuh, der Max da. Nein! Aua! Find ich diese... Dinge sind nicht mehr. Wie geht's denn hier runter? Fick dich. Ach, guck mal. Da komm ich wieder raus. Nice. Auf dem Kreis hier. Okay. Geh ich mal wieder hier lang. Toll. Geht doch nicht im Kreis? Nein. Ich bin verwirrt. Ja, das solltest du auch sein. Ach, da hinten geht's im Kreis. Lapis Lazuli. Yay. Oh, wir müssen gleich mal Aufnahmenpause machen. Ich muss auf Klo. Oh ne, ist ja ekelhaft. Ah, jetzt... Ne, ich lass es. Es endet sonst böse. Wolltest du irgendwo runterspringen oder mich beleidigen? Ich hab Dias! Was? Nice. Ich weiß noch nicht wie viele, aber ich hab da unten gesehen. Direkt ihr Mannenspitzehacke draus machen und Obsidian suchen. Und Gold hab ich auch. Ach, Gold. Das brauchen wir erst, wenn wir erschienen. Ne, das... Was passiert? Ne Spinne springt in dem Moment gegen mich und ich flieg da ne Etage weiter runter da durch. Ja, das ist, äh... Ja. Wenn man nicht aufpasst. Ne? Da geht's weiter. Und es regnet! Hier geht's immer weiter und... Ja, na und Regen ist doch toll. Wir alle lieben Regen. Das war schön, ja, ja. Vor allem der Alex, der mag's gerne nass. Ah! Feucht. Ja. Ne, ich wollte's jetzt nicht... Das hast du jetzt wieder gesagt. Ja. Ja? Ja, also im Regen muss man ja nicht unbedingt nass werden. Man kann ja auch feucht werden. Feucht. Im Regen. Das wird gerne feucht. Ey, das wär doch ein geiler Buchtitel. Feucht im Regen. Feucht vom Regen. Oh, es regnet. Du kannst ja auch schon vorher feucht, sondern dann im Regen. Naja, egal. Wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Die Dealfolge, falls ihr unter 16 seid, bitte vor 3 Minuten abschalten. Nein, doch nicht abschalten. Oh, Junge. Also, also, das... Du machst das aber wirklich nicht mit Absicht, oder? Oh, left the game. Ach, komm. Ich mein, wir können nichts dafür, dass du so schlecht bist. Ne, der fragt sich jetzt voll darüber ab, dass wir wieder hier feucht sagen. Nein, das glaub ich nicht. Aber ich müsste doch die... Das Wasser... Der Regen... Das Regenwasser die Lava ausmachen, oder? LOL, LOL, geh weg. Lava nicht. Uah, uah, uah. Junge, 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 Junge war das knapp, Junge war das knapp. Ich bin Alex, ich bin pissed. Ja, ich glaub wir machen jetzt mal deine Aufnahmepause, die du eh machen wolltest. Ich safe ihn nur mal kurz, ich geh mal kurz zum Haus und save unsere 3 geilen Diamanten. Warte, 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 warte. Warte, ich hab hier noch kurz... Aua! Aua! Fick des. Warte, von wo kam ich her? Von... Tief aus dem Malte kam ich her. Äh, nö, eigentlich nicht von hier bei dieser Seite. Was war das denn jetzt für ein Zaubertrick? Ich bin plötzlich in einer ganz anderen Höhle. LOL. Ne, da komm ich her. Naja, egal, tot. Gut. Ich hab noch ein paar Knochen, die ich dir eventuell später geben kann, wenn du die willst. Warte, warte, warte. Ich hab hier noch Gold. Krass. Ja, ich markier mir hier mal, da wollte ich lang. Da komm ich her. Ach, scheiße, hab ich nicht mehr genug Fackeln. Okay. Äh, ja. Stell ich mich hier so hin. Und wir sehen uns das nächste Mal. Genau, eine Sekunde noch. Nicht, dass ich hier noch Diamanten irgendwo finde. Nein, okay, gut. Äh, dann noch Lapis Lazuli abbauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.